Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier bei Leon X. Ja, heute befinden wir uns wieder im Auto von Markus und wenn ich wieder sage, meine ich auch wir, neben mir sitzt Jack Neck, Markus ist auch dabei. Wir erfahren heute wieder Scorespielen, endlich mal wieder, ich hab's vermisst. Ich hab ja letzte Woche, war ich bei meinem Vater und da ist es komplett ausgefallen. Deswegen finde ich es mal wieder gut, dass ich endlich mal wieder spielen kann. Gegen wen von den beiden ich spielen werde, weiß ich jetzt noch nicht, aber naja. Ähm, ansonsten, was ist passiert, was gibt's noch? Genau, heute war ich bei der theoretischen Führerscheinprüfung und ich hab bestanden, endlich. War das insgesamt dritte Mal, dass ich da hin bin, weil ich jetzt mich nebenhin gezählt hab, ja doch dreimal. Und hab mit 10 Fehlerpunkten noch bestanden, gerade mal so, aber bestanden ist bestanden. Hab natürlich sofort alle angerufen, ja super, jetzt geht's richtig los. Jetzt fehlen mir noch die letzten drei Fahrstunden und dann kann ich auch die praktische Fahrprüfung machen. Ja, endlich ist es geschafft. Ich hab gehört, den Ex gibt einen aus dafür. Ja, wenn ich es komplett geschafft hab, dann gebe ich einen aus. Ich hab's ja in die Gruppe geschrieben. Wir haben da ja extra so eine WhatsApp-Gruppe geöffnet mit Jack Neck, Danny und Robben. Und in die hab ich reingeschrieben, wenn ich denn die praktische Fahrprüfung auch habe und dann den Führerschein letzten Endes in der Hand habe. Dann fahr ich in die Stadt mit den Jungs und geb einen aus. Versprochen übrigens, das mach ich wirklich. Ja, das ist super und dann freu ich mich. Markus ist der Fahrer. Markus, du bist gar nicht mit in der Gruppe. Ach so. Oder aus dem fahr ich ja. Er ist der Gruppenleiter, der hackt sich rein. Ich bin der Gruppenleiter und Markus kann sich nicht reinhecken. Er kann sich nicht reinhecken. Ja klar kann man, aber ich glaube nicht, dass es Markus kann. Markus hat zwar ein bisschen Computer geschickt, aber ich glaube nicht, dass er sich in so eine WhatsApp-Gruppe reinhecken kann. Die Frikandel, du weißt mehr als du weinst. Du mit deiner Frikandel, ey. Naja, ich sag mal, bis gleich in der Sportart. Okay, ich glaube nicht, du bist. Okay, ich sag mal, bis gleich. Okay, ich sage jetzt. Okay, ich sage jetzt. Okay, ich sage dir. Das war's. Schöne! 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 Das ist ein Aussie-Shot, das ist ein Aussie-Shot. Also ein Aussie-Shot ist ein Aussie-Shot. Super, ein Aussie-Shot! Scheiße! divulgern Oh Gott, ich bin jetzt schon. Ja! 1.2.1 Gut. Ah, das ist gut. Schmuck, schmuck, schmuck. Tja, 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 Tja! Das war der letzte Spiel. nicht von den punkten noch einmal ganz schnell den abspann mache ich habe nur noch ein prozent akku dagegen marcus das spiel 4 zu 11 nicht gerade der börner aber naja ja und ich habe eine woche lang nicht gespielt und daher ja naja ich gegen scheknick habe ich natürlich heute auch noch mal gespielt er wollte zwar nicht wieder aber naja und ja was wir geht heute noch so ab ich denke mal black ops 3 und ein bisschen minecraft stahlinski ja genau ein bisschen minecraft ein bisschen black ops 3 scheknick wollte übrigens noch das easter egg machen von daher ein bisschen zeit haben wir noch naja ich werde dann gleich das video hochladen ansonsten war heute eigentlich gar nicht so viel los also führerschein prüfung geschafft denn nächstes kommen dann jetzt ein paar fahrstunden und dann die prüfung und dann habe ich hoffentlich den lappen wie man so schön sagt naja das war es dann von mir ich hoffe es hat euch gefallen lasst mir einen daumen hoch da wenn es euch gefallen hat gibt man kommentar danke nochmal an euch beide lasst mir auch gerne ein abo da ich stehe kurz vor den 50 abonnenten also lasst mir bitte ein abo da dann gibt das special video und dann sage ich mal bis dahin wir sehen uns ich wünsche euch was